In diesem Video geht es heute um den Höhensatz. Der Höhensatz gehört zur Satzgruppe des Pythagoras. Wie immer, wenn wir mit dem Satz des Pythagoras rechnen, geht es um ein rechtwinkliges Dreieck. Hier mit den beiden Katheten A und B und der Hypotenuse C. Die Höhe H teilt die Hypotenuse C in zwei Abschnitte, und zwar in den Hypotenusenabschnitt Q und in den Hypotenusenabschnitt P. Nun sehen wir uns an, was es mit dem Höhensatz auf sich hat. Du siehst hier nun zwei violettfarbene Vierecke eingezeichnet. Einmal ein Quadrat, das die Seitenlänge H hat, und einmal ein Rechteck mit der Seitenlänge P und der Seitenlänge Q. Der Höhensatz sagt nun, dass diese beiden Vierecke flächengleich sind, nämlich das Quadrat über der Höhe und das Rechteck gebildet aus den Hypotenusenabschnitten. Ob das stimmt, sehen wir uns nun kurz in GeoGebra an. Ich habe hier nun in GeoGebra das Quadrat zur Höhe eingezeichnet. Hier ist die Höhe, und hier wurde die Höhe noch einmal abgeschlagen, somit erhalten wir ein Quadrat. Unter dem Hypotenusenabschnitt P ist ein Rechteck entstanden. Hier mit der Länge P für den Hypotenusenabschnitt, und die zweite Seite des Rechtecks ist der Hypotenusenabschnitt Q, der hier nach unten geschlagen wurde. Wie du nun erkennen kannst, ist die Fläche des Quadrates der Höhe exakt gleich groß, wie die Rechtecksfläche entstanden aus den Hypotenusenabschnitten. Nun stellt sich die Frage, ob das nur auf dieses rechtwinklige Dreieck zutrifft, oder auf alle rechtwinkligen Dreiecke. Wir können das in GeoGebra gleich ausprobieren. Dazu verändere ich zuerst einmal die Größe, und wir können beobachten, dass die Fläche exakt gleich bleibt. Wenn ich nun den Punkt C verändere, verändere ich die Form des rechtwinkligen Dreieckes. Und auch hier lässt sich wunderbar erkennen, dass die Flächen immer gleich bleiben. Was bedeutet das nun aber für den Höhensatz? Wir können nun also folgende Formel aufstellen. H², also das Quadrat über der Höhe, ist wirklich immer flächengleich zum Rechteck, gebildet aus den Hypotenusenabschnitten P und Q. Die Formel lautet nun also H² ist gleich P mal Q. Diesen Hefteintrag inklusive der Skizze überträgst du bitte in dein Schulübungsheft und wir sehen uns dann in der nächsten Mathematikstunde. Ich habe dich schon immer noch einmal in der Nähe. Ich würde jetzt auch mal��chieren. Aber es sieht vielleicht auch nicht ausreichend aus.